So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Orks Must Die. Wir haben gerade Schlucht des Verderbens zum zweiten Mal abgeschlossen, also haben es zweimal gespielt, damit wir alle Schädel kriegen. Und ich würde sagen, wir fahren fort mit der Übergang, was ganz cool aussieht schon mal, wobei es so aussieht, als wären da zwei Wege. Der Kriegsmagier war wirklich kein begabter Bergmann. Nein, war nicht. Steht hier. Steht da. Na dann. So, noch irgendwas Neues. So, ich nehme einfach mal Sprung fallen, weil ich es kann. Sie können von hier rechts kommen und von hier oben. So, hier müssen Sie rein. Und hier laufen Sie hin. Das heißt, oben und unten können Sie lang. Dann sicher ich unten erstmal ab, du oben. Ja. Also, ich ziehe mich hier ein bisschen, ich platziere hier ein paar Fallen vor dem Spalt. Na, ich für den Fall, dass sie durchkommen sollten. Ach, werden ja jetzt auch gerade... Ich habe das jetzt erstmal gemacht. Also, wenn Sie hier lang wollen, müssen Sie jetzt zwei Säure und zwei Eis fallen vorbei. Also, wenn Sie über die Brücke wollen. Ja. Ach, hier unten gibt es auch. Es gibt zwei Dinger. Scheiße. Ja, deswegen. Also, es gibt zwei hier unten und zwei oben. Ja, okay. Dann helfe ich sonst jetzt erstmal unten mit noch. Aber später, wenn es dann praktisch... Äh, wenn Sie aus beiden kommen, werde ich dann oben halt verteidigen. So. Oh, Bogenschützen. Die haben einen Aim-Bot. Glaube ich. Oh, und Nolljäger kommen auch schon. Manni, Manni, Manni. Manni, Manni. Uh. Mama. Ach, hinter mir. So, jetzt kommen sie hier oben raus. Ich habe schon mal überlegt, ob man die nicht nach unten schleudern könnte oder so. Aber... Oh, cool. Das war es schon. Mehr geht noch nicht. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Oh, Nolljäger. Eget. Hä? Ist der gleich gestorben? Nee. Der wurde nur umgenietet. So, ich habe uns gerade mal geheilt. Ich muss mal gucken, ob es irgendwie so, äh, auch so eine Art Upgrade gibt für Mana. Für mehr Mana. Für mehr Mana. Für mehr Mana. So, was sind das draus? Schick mir mehr! Alles klar, sie kommen hier oben bei mir auch raus. Ich mache erst mal unten. Und wenn du Hilfe brauchst, renne ich auf der anderen Seite zurück. Und wenn du Hilfe brauchst, renne ich auf der anderen Seite zurück. Dachte ich gerade. Dachte ich gerade. Alter, irgendwie ist bei mir mal die Mausempfindlichkeit so enorm hoch und mal so komplett niedrig. Warnung. Kann tödlich sein. Warnung kann tödlich sein. Guck mal unten die Brücke. Da kommt erst mal nichts rüber. Ich muss hier gerade noch eine Falle platzieren. Eisfallen ohne Ende, ja, nicht schlecht. Ich mache einmal die ganze Brücke lang, also die dürften da komplett einmal. Und den Rest machst du dann, Packe. Ach, Knolljäger hast du es übernommen. Ach, ist eh der letzte. Oder auch nicht. Und, kommen sie jetzt. Bam, 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 bam. Und, kommen noch mehr? Okay. Sehr schön, haben wir Matsch aus denen gemacht. Ich würde mal sagen, ich will die hier gleich gebührend empfangen, ne? Jetzt gibt's was Feines. Ach, das war's auch schon. Oh, Oga, die halten etwas mehr aus. Ja, das habe ich noch übernommen. Sehr schön. Trotzdem greift er mich an. Ja, ja, er ist ja auch wieder raus, also. Alter. Danke. Jetzt habe ich ihn nochmal übernommen. Sie sind schon nah dran. Hä, was war denn hier? Da sind welche von hier rübergekommen. Ach so, okay. Die sind voll schnell irgendwie, da kommt mir das nur so vor. Nee, nee. Ich finde die Karte gerade total verwirrend irgendwie. Alles gleich, ich schaffe das hier oben. Ach so, unten sind eh keine mehr. Ich habe ihn übernommen. Ja, ich hau trotzdem drauf. Ja, ja, natürlich. Ich meine, ich muss damit er nicht sein kann. Ja. Aber bei mir kann ich sowieso keine Wandfallen legen, deswegen... Ja. Ach, fuck. Ach, ich wollte sie da doch führend empfangen. Ja, da fliegen sie schön. Das ist doch los, Digga, wenn man sich alle auf einmal türen färbt. Das ist alles? Ja, ja. Das ist kein Problem gerade. Nein, ich bin runtergefallen. Scheiße, echt? Ja. Oh, verdammt. Egal. So, lasse ich auch mal die Fallen ein bisschen was machen. Okay, oder auch nicht? So, bei mir unten sind es gerade ganz viele. Ja, ich habe gerade... Oh, hier oben kommen auch wieder welche. Bei mir unten sind sie jetzt erstmal weg. Ja, hier oben kommen ganz anständig viele gerade. Okay. Sehr schön. Oh, okay. Zieht sogar nur drei ab. Zieht besser Badeschuhe an, sonst passiert noch ein Unglück. Also über die Brücke kommen sie echt nicht rüber. Selbst wenn. Hoffen sie ewig für. Ja, deswegen. Ja, das ist das einzig Gute. Bei dir kann ich noch... Nee, ich habe nicht mehr genug Geld für die Säure. Ja, lass stecken. Das ist schon genug so. Nee, ich hau gleich bei dir Säurefallen hin, weil ich bin jetzt quasi direkt vom Spalt. Ähm, mehr kann ich da jetzt eh nicht mehr an Eisfallen machen. Und wenn, da habe ich keine, deswegen. Deswegen habe ich auch bei dir oben die eine Säurefalle gelegt, weil... ... sonst keine Wand. Oh, unten bei dir kommen sie, ne? Oh. Sehr schön. Ach, Mann, ey. Irgendwie spackt meine Maus manchmal ein bisschen rum. Alter! Meine Fresse nochmal. Ich glaube, ich muss die gleich doch nochmal ein bisschen empfindlicher stellen. Das geht gerade gar nicht hier. Eins, zwei, fünf. Mensch, ich bin wieder verstanden. Latsch habe ich einen Matsch gemacht hier aus denen. Kommst du unten klar? Jo, bin gerade bei dir. Achso. Joa. Ich wollte mal ein bisschen von den Pfeilen machen lassen. Ich habe mal einen von den Pfeilen gesehen. Joa. Joa, quatsch nah dran hier. Oh, ich wäre ihm auch fast runtergefallen. Bam! Habe ich sie dann nochmal auseinander geschleudert. Oh, hier ist eine Münze. Oh, die wollte ich noch aufsammeln. Aber das war... Hä? Es sind drei durchgekommen. Ne, du bist runtergefallen. Ach, das zählt auch? Verdammt! Ich dachte eigentlich, das zieht fünf ab, aber... ... doch nur drei. Oh, da ist schon der erste Wächter. Den haben wir gerade freigeschaltet. Ja, das ist ja wirklich kacke. Ja. Die Frage ist, jetzt wollen wir das nochmal machen, weil irgendwie... Ja, nee, dann lass das mal weitermachen. Das können wir später machen. So ohne Aufnahme. Dass wir alles haben. Ähm, Pfeilwand will ich weiter aufrüsten. Das ist natürlich ein bisschen teuer, ne? Pfeile verursachen erhöhten Schaden. So, also ich bleibe hauptsächlich jetzt erstmal auf Säure und Eis. Und wenn ich die Pfeil nicht mehr habe, dann gucke ich mal, was ich noch nehme. Ja, hier, ähm, bei der Pfeilwand, ne? Level zwei von drei. Pfeile verursachen erhöhten Schaden an. Hm. Steht da einfach nur. Habe ich auch. Also Schaden ist, glaube ich, standardmäßig. Und dann kannst du immer zwischen zwei Special-Dingern wechseln. Oder aussuchen. Das nehme ich noch. So, und dann habe ich noch drei übrig, die ich natürlich auch noch verschwenden werde. Nein, werde ich nicht. So, ja, ich würde sagen, das war der Übergang. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.